Das ganze Jahr über liegt das Land unter einer dicken Schneedecke. In Lapland ist es immer saukalt und die wenigen Menschen, die hier oben leben, müssen viel aushalten. Und tobt einmal kein Schneesturm, dann hört man nicht mal etwas. Eigentlich ist es in Lapland ja total langweilig, oder? Lapland ist es in Lapland. www.above-the-polar-circle.com